Oh, doch, da ist einer. Wo kommt der denn jetzt hier her? Hat mich auf jeden Fall gesehen. Der abgehauen nach hinten? Nee, okay, da ist er. Er hat schon eine Pistole, glaube ich. Nee, der hat noch nichts. Warte mal, ein Burst kann den killen? Nee, seit wann geht das denn? Oh, oder wir fahren gleich zum Drop. Zwei First Aid, ja, okay. Sieht gut aus. Oh, da läuft sogar einer, guck mal. Oh, der hatte nur eine Shotgun. Aber der hat einen Viererscope und einen Suppressor. Oh, Suppressor, mein Freund. Den nehme ich doch mit. Ey, wo ist jetzt der Drop? Na, wollen wir den mal treffen, Spoon? Wir wollten einfach nicht treffen. Zone kommt. Benzin habe ich nicht dabei. Schade. Naja, wird schon irgendwie. Oh, da läuft noch einer. Oh, hoffentlich hat der eine gute Weste. Smokes habe ich leider nicht mit dabei. Tja. Na gut, dann laufe ich jetzt zu meinem Auto. So. Ist einer in den Turm drin? Hat die Tür wieder zugemacht, ha? Hat er die Tür wieder zugemacht hier? Hat er sich nicht mehr getraut? Rauszugucken, solange. Komm, wir machen denen zumindest ein bisschen Angst. Wenigstens so die Fenster einschießen. Wenigstens das. Wir können ja mal hier hinten zu diesen komischen Funkturmen fahren. Da sitzt auch einer oben auf dem... Mit einer K. Der hat eine K. Ich werde mal versuchen, den zu holen. Aber erst mal fahre ich jetzt wieder zur Schule hier. Guck mal, da steht auch ein Dacia mitten auf dem Feld. Ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich in einem Sandwich bin. Der Typ muss irgendwo da oben sein. Ich weiß nicht, ob der auch einen Dreierhelm hatte sogar. Hat auf jeden Fall den schwarzen Anzug gehabt, glaube ich. Nee, das ist halt nur sein blöden Arme wischen. Das ist halt nur sein blöden Arme wischen. Schade, man. Schade, man. Echt schade. Hätte was werden können. Na, Spoon, willst du mal treffen hier? Nee, willst du nicht? Nee, willst du nicht? Na gut, machen wir das halt so hier. Ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen mehr Zeit lassen bei den Schüssen, wenn ich die baller. Alles klar, Killer-Lady. Na dann. Musst leider zu den Schwiegereltern. Was müsst ihr denn bei den Schwiegereltern? Heute ist offizieller Schwiegereltern-Tag, oder wie? Oh. Mal dieses. Ich glaube, es schießt noch jemand auf mich. Aber der Typ, der will hier echt hochfahren. Okay. Na gut. Ich treffe leider eh nicht mit der Ump. Irgendwer anders hat hier noch auf mich geballert. Müssen wir gleich mal schauen, wer das hier war. Irgendwo da hinten bei den Häusern. Ah, ich glaube, ich haue hier mal ab. Da ist mir... Das ist mir alles so ein bisschen zu hot. Ein bisschen zu hot hier. Also ich meine, hier oben wäre man auf jeden Fall richtig cool dran. Wenn man da... Irgendwie hier auf den Hügel kommt. Aber... Muss man auch erstmal schaffen. Dass man sich den hier nehmen kann. Muss den vor anderen Leuten clearen. Hallo, hallo. Wer hat denn sich hier versteckt? Einfach. Gibt's doch nicht. Wo ist mein Dachia? Da ist er. Tja, das... Sieht halt echt irgendwie seltsam aus jetzt hier. Das Gebiet. Komische Sache, das. Ich denke mal, in der Fuckboy-Hütte ist einer drin. Komm. Ich will jetzt mal... Ich will jetzt mal einen Fuckboy-Hüttenkill machen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Nicht dagegen fahren. Hier. Ja, und jetzt? Keiner war drin. Schade. Ich weiß, ich bin hier super offen, aber... Okay, ich bin hier mega offen. Oh, shit, man. Mega offen vor allen. Bitte schieß nicht. Bitte schieß einfach nicht auf mich. Bitte schieß nicht auf mich. Okay, dankeschön. Kann ich hier auf dich schießen? Dann kann ich hier in Sicherheit irgendwie. Okay. Okay. Das war wirklich knapp hier. Ich glaube, auf EU wären wir da schon down gewesen jetzt. Denke ich mal. So viel Loot hier. Aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Nehmen wir gar nicht mehr so viele. Oh, ich bin sogar drin hier. Schick, schick, schick. Also da oben wird wahrscheinlich immer noch einer irgendwo sein. Guck mal, da hat sogar einer sein Motorrad reingefahren. Ich glaube, hier hinten ist bestimmt auch... Warte mal, in dieser Fackbohütte? Nein, oder? Da bin ich ja durchgefahren. Der müsste eigentlich tot sein. Es sei denn, der war in irgendeiner Ecke drin. Sind die dann alle auf einer Seite? Also wenn, dann denke ich eher, da hinten ist noch einer. Und irgendwie hier auf meinem Hügel. Weil es leben ja noch fünf Stück mit mir. Wir bleiben hier einfach erstmal. Ich denke, der Spot ist ganz gut. Der passt. Sehr schön. Ich fühle mich hier gut. Die Leute müssen ran. Jetzt kann das große Abfangen beginnen. Ich glaube, der hat ihn gekillt. In die Links müsste irgendwo einer kommen. Pusche mal erstmal runter den Hügel. Vielleicht kann ich den irgendwie hier spotten. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Okay, lebt nur noch einer. Und der ist irgendwo da hinten. Okay. Ähm. Der hat eine K oder irgendwas. Aber der muss dann auch ran pushen. Schickes Ding. Ah ja, ich sehe den Typen. Ich sehe ihn. So. Gute Warm-Up-Runde. Hat Spaß gemacht. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017